In diesem Video soll einfach mal ein Hühner-Kampf, also Hühner-Regen zeigen. Und zwar drehe ich mich auch um und das sieht man. Das Regen, das hättet die Hühner. Das macht mir voll ganz gut. Und ich sehe ja Hühner-Gregen, wo ich sage. Und es werden in 8 Kommando-Blöcke, wie man, in 80 Hühner-Projekte produziert. Und die sterben hier auch noch alle. Das wird also auch 80 Hühner-Projekte produziert. Und dann die Produktionsstärke hier oben. Hier oben sind es nämlich Kommando-Blöcke, die dann in 2-Mont-Schick-System machen. Da ist eine Glocke, dann fallen die da einfach runter. So können wir jetzt hier in 2-Mont-Schick-Systeme, die können in 4-Mont-Schick-Systeme machen. Und einfach dann an eine 2-Mont-Schick-Systeme hat man das nicht. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Gebt euch einen Daumen hoch oben. Teil der Video muss gekannter werden. Die abonnieren wäre auch nicht schlecht, weil dann würde ich weitere solche Videos machen. Dir 늘 in 3mont-Schick haben. Ab Trang zu spürensagen. Untertitelung des ZDF, 2020